Hallo und willkommen bei Whisky Statistica. Ja, letzten Monat ist es ausgefallen, das hatte vor allem persönliche Gründe, ich bin zeitlich nicht dazu gekommen, ist ja doch relativ aufwendig diese Statistik zu führen. Also ich habe die Statistik zwar gemacht, bin aber am Ende nicht zu dem Video gekommen, wäre dann so weit zeitlich versetzt gewesen, dass es sich irgendwann nicht mehr gelohnt hat, waren mehrere private Gründe, die dazu gekommen sind. Dazu sind die Sommermonate halt auch ein absolutes Whisky-Loch, ein absolutes YouTube-Loch, da passiert wenig auf den Kanälen, sodass ich mich letzten Monat schweren Herzens dafür entscheiden musste, kein Video zu machen, ist leider ausgefallen, ich bin mehrfach darauf angesprochen, wann es denn endlich kommt und ja, wie gesagt, ging leider nicht, hatte private Gründe. Umso mehr freut es mich, dass ich diesen Monat wieder relativ pünktlich am Start bin, ich habe ein paar Tage Verzögerung, für die ich aber tatsächlich gar nichts kann, liegt nämlich daran, weil YouTube eine Datenlücke hatte. Also man kann das in diesen YouTube-Analytics ganz gut sehen, die haben für vier Tage einen Gap eingezeigt, wo sie noch keine Daten hatten, die sie noch überarbeiten mussten. Und so ganz sauber ist es immer noch nicht, also da werde ich am Ende nochmal darauf eingehen, wo genau die Lücke noch ist, werde es nochmal erklären. Betrifft jetzt aber den ersten Teil der Statistik auf jeden Fall nicht, aber am Ende ist es eine kleine Unsauberheit. Habe ich aber für die Zukunft auch eine Lösung für, kommen wir aber später darauf zu sprechen. So, ich würde im ersten Teil wieder auf die normale Statistik mit der Anzahl der Abonnenten eingehen, die Standardstatistik, die ihr alle kennt. Habe auch wieder die Statistik mit den Klicks gemacht, da würde ich mir so die, keine Ahnung, Top 20, Top 25 angucken, vielleicht mal kurz runterscrollen, wo irgendwelche Highlights sind. Schauen wir mal, wie wir so durchkommen. Gut, Anzahl Abonnenten. Eine etwas traurige Nachricht, oder es gibt einen Kanal weniger, also es gibt ihn auch physisch weniger. Warum, kann ich nicht sagen. Ich habe keinen Kontakt zu dieser Person. Was mir hat aufgefallen ist, der Kanal ist nicht nur tot, sondern er ist komplett gelöscht. Man findet ihn nicht mehr, man findet nichts mehr dazu. Es geht um den Kanal der Genussphilosoph. Der Kanal ist wirklich weg. Da kann ich dann auch nichts mehr zu machen, leider. Gut, ansonsten, 83 Kanäle sind wir noch, haben im September ein Wachstum von 0,89% gehabt. Das ist echt schwach. Also ein Gesamtwachstum der Abonnenten um 0,89%. Im August waren es 1,06% und das ist schon schwach. Ich werde auch das in Zukunft als Statistik führen. Ist jetzt in den ersten zwei Monaten noch nicht so aussagekräftig, aber ihr werdet in den nächsten Monaten sehen, die Sommermonate Juli, August, September sind eher mau. Also September, das ist jetzt die September-Statistik, aber der Monat war ja der August. Also der Juli hatte ein Wachstum von 1,06%, der September hatte ein Wachstum von 0,89%. Das ist halt nix. Aber in Zukunft, ich tippe, in den nächsten Monaten wird es wieder besser. Gerade wenn das Wetter schlechter wird. Es ist jetzt seit Wochen unfassbar gutes Wetter. Da haben die Leute anderes zu tun, als YouTube zu gucken. Und trotzdem ein Wachstum, nicht schlecht. So, also, 83 Kanäle. Schauen wir einfach mal, wer so heraussticht. Heraussticht auf jeden Fall auf Platz 78. Bavarian Redneck, Chris Huber, hat 24 neue Abonnenten, hat dadurch vier Plätze gut gemacht und ein Wachstum von 25,53%. Das ist schon eine gute Leistung. Und direkt darüber, Whisky Wald Laufen, hat auch 23 neue Abonnenten hinzugekommen, hat dadurch jetzt gerade die 100 Abonnenten geknackt. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. 109 Abonnenten sind es jetzt. Und ein solides Wachstum von 21,1%. Und damit sind das auf jeden Fall sehr stabile Wachstumszahlen. Also, 20 bis 25% Wachstum, das ist schon ordentlich. In einem Monat. Das muss man erstmal schaffen. Gut, dann auf Platz 70 ist der Kanal ein toter Kanal, aber ich muss ihn trotzdem kurz erwähnen. Das ist nämlich der Kanal Tim Tünnermann. Der hieß bis jetzt die Whisky Botschaft. Und ihr werdet es vielleicht mitgekriegt haben, die Whisky Botschaft hat jetzt einen neuen Besitzer. Tünnermanns mussten die Whisky Botschaft aus gesundheitlichen Gründen verkaufen und dadurch, oder abgeben. Und dadurch haben sie jetzt auch den Kanal umbenannt oder den YouTube Account umbenannt und dadurch heißt der Kanal jetzt anders. Ist aber wie gesagt ein toter Kanal, da tut sich nichts mehr. Hat auch zwei Abonnenten verloren, hat jetzt noch 132. Ist ein Verlust von 1,52%. Gut, aber mit toten Kanälen wollen wir uns nicht großartig befassen. Deswegen schauen wir einfach mal auf Platz 68. Ash's Whisky. Ash's Whisky ist die letzten Monate immer öfter dabei gewesen. Hat sehr, sehr gutes Wachstum. Auch diesen Monat 26 neue Abonnenten. 15,29% Wachstum. Sehr gutes Wachstum. Sehr stabiles Wachstum. Was auffällt, sind die Anzahl Klicks. Aber da komme ich später noch mal drauf zu sprechen. Gut. Dann haben wir zwei Kanäle, die auch im Vergleich zu vielen anderen Kanälen drumherum sehr stabil gewachsen sind. Etwas oder deutlich kleiner als die drei gerade genannten. Aber im Vergleich zu dem restlichen Spektrum sehr stabiles und ordentliches Wachstum. Das ist zum einen der Kanal Whisky Grinch auf Platz 66. Hat 11 neue Abonnenten bekommen, 5,91% Wachstum und einen Platz im Ranking gestiegen. Und das gleiche betrifft Neandertaler Whisky Block. Acht neue Abonnenten. 4,19% Wachstum und auch einen Platz gestiegen auf Platz 65. Die beiden liefern sich also so gesagt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nur knapp da drüber auf Platz 63 ist Barrel Breast auch mit 8,9 Abonnenten. Also da tut sich einiges. Da räumen ein paar Kanäle von hinten ordentlich das Feld auf. Zeigt aber auch, dass einige der neuen und kleineren Kanäle wie gerade gesagt Ash Whisky, Chris Huber mit Barrel & Redneck etc. oder Whisky weit laufen stecken echt viel Zeit und Energie in den Kanal und räumen wie gesagt von hinten das Feld auf und überholen damit den ein oder anderen etablierten Kanal der vielleicht nicht mehr ganz so viel in den Kanal steckt oder ja, ne, also das soll gar nicht despektierlich wirken, aber da sind halt Kanäle, ich glaube, die werden in nächster Zeit noch deutlich wachsen. Gut, dann wieder der Kanal, der, glaube ich, am kontroversesten in der ganzen Liste ist, aber ein super Wachstum hat. Inzwischen flacht das Wachstum ein bisschen ab, aber ich glaube, auch das liegt einfach an dem Sommerloch, wir reden vom Kanal Slange, was? 36 neue Abonnenten, immer noch ein Plus von 9,52%, inzwischen bei 378 Abonnenten, nicht schlecht. Sechs Plätze dazugewonnen, aber ihr seht, die Kurve wird flacher, es wird schwieriger, neue Abonnenten, je mehr Abonnenten man hat, desto schwieriger wird es, neue zu akquirieren. Das gleiche gilt für Speakeasy Whisky Club, 23 neue Abonnenten, zwei Plätze nach oben, 5,11% Wachstum. Auch hier sehr gutes Wachstum, sehr solides Wachstum, aber die Kurve flacht ein wenig ab. Das gleiche betrifft Worldwide Whisky und den Häcksler, aber ich schiebe das einfach mal auf die mageren Sommermonate, weil auch in den oberen Regionen sind keine großen Wachstumszahlen vorhanden. Das mit beste Wachstum überhaupt hatte die letzten Monate durchgehend einen Kanal und hat auch diesen Monat genau einen Kanal. Ich finde es total spannend und finde es super. Ist jetzt auf Platz 27, drei Plätze gut gemacht, ist der Kanal Literatur und Whisky sagenhafte, 92 neue Abonnenten, ein Plus von 10,4%, und sprengt damit alles an Wachstumszahlen, was in ähnlichen Gefilden ist. Also von der reinen Prozentzahl des Wachstums ist nur noch Ash Whisky dran auf Platz 68 und Literatur und Whisky ist auf Platz 27. Also das größte Wachstum innerhalb der Top 65 Plätze mit Abstand, mit deutlichem Abstand. hervorragende Leistung, echt klasse, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und wenn das so weitergeht, dann müsste nächsten Monat die 1000 Abonnenten geknackt werden, weil mit 916 Abonnenten ist man nicht mehr so weit weg. Apropos 1000 Abonnenten, auch Whisky Plausch und Whisky Reisen stehen kurz davor. Whisky Plausch mit 919 Abonnenten und Whisky Reisen mit 986 Abonnenten haben diesen Monat nur einstellige Abonnentenzahlen hinzubekommen. Das wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber man ist auf der Zielgeraden. Wer es gerade geschafft hat, ist Holly von Whisky Buzz, hat jetzt 1010 Abonnenten, 18 Abonnenten hinzugewonnen und damit die 1000 geknackt. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dann sind wir auch schon in den Top-Regionen und in den Top-Regionen. Mein Kanal auf Platz 21 hat ein gutes Wachstum von 4,25% mit 51 neuen Abonnenten. Ist jetzt keine sonderlich große Leistung, aber ist eine solide Leistung im Vergleich, was so die Monate... Also ich bin trotz der mauhen Zahlen für die zwei Monate bin ich trotzdem sehr zufrieden mit meinem Wachstum. Kann mich nicht beschweren. Bin so ungefähr in den Regionen, wo ich sonst auch bin. Das passt daher für mich. Ansonsten haben noch ganz gutes Wachstum. Also wenn ich mal von den Top-25 Plätzen das Wachstum nehme, dann ist auf Platz 1 Simple Sample. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Auf Platz 2 bin ich. Auf Platz 3 ist The Malted mit 2,13% Wachstum. Hatte diesen Monat 30 neue Abonnenten. Auf Platz 4 ist Friendly Mr. Z mit 1,83% Wachstum. 33 neue Abonnenten ist für Sascha eher ein Mauermonat, aber auch hier Sommerloch. Das wird in den nächsten Monaten wieder deutlich anders aussehen. Ich glaube, der Sascha ist drauf und dran. Die 2000 anzugreifen, er hat jetzt 1800 Abonnenten. Und auf Platz 5 ist mit 1,65% Wachstum 40 neue Abonnenten. Whisky Evening. Also es gibt doch einige Kanäle in den Top 25, die noch ganz gutes Wachstum haben. Generell muss man aber sagen, das Sommerloch hat hier auch ordentlich zugeschlagen. Die Wachstumszahlen sind bei nahezu allen Kanälen echt eingebrochen. Es gibt sogar in den Top 25 echt ein paar Kanäle, die auch Einbrüche hatten. Also Einbrüche im Sinne von Minuszahlen in den Abonnenten. Gut, das betrifft vor allem tote Kanäle. Das sind einerseits Talking Malls hat 10 Abonnenten verloren und der Whisky Club hat 20 Abonnenten verloren. Beides tote Kanäle. Aber, wenn ich euch das mal vorlese, von den 9 Abonnenten haben eine Nullnummer diesen Monat hingelegt. Die Kanäle Whisky Bubbler keine neuen Abonnenten. Whisky Nerd keine Abonnenten. Taste mit Lou keine neuen Abonnenten. Gut, Whisky Zone ist ein toter Kanal keine neuen Abonnenten. Das ist schon, das sind viele Kanäle in den Top 20, die diesen Monat nicht viel gerissen haben. Aber wie gesagt, die Leute gucken bei schönem Wetter eher weniger YouTube. Ja, dann haben wir noch genau zwei Kanäle, die wir noch betrachten müssen. Ne, drei Kanäle. Einerseits Whisky Gold und Simple Sample, das ist die höchste Platzierungs, also der höchste Platzierungswechsel Simple Sample hat mit 330 neuen Abonnenten und 5,4% Wachstum ein unfassbar gutes Wachstum hingelegt und in den reinen Abonnentenzahlen, in den absoluten Abonnentenzahlen, das höchste Wachstum von allen Kanälen. Selbst mehr als Whisky.de. Finde ich spannend, wenn man sich nämlich die Aufrufzahlen, die Klicks anguckt, ist Simple Sample unterferner Liefen, aber bei den Abonnentenzahlen geht es durch die Decke. Passt nicht so ganz zusammen, aber scheinbar haben sie mit den Tastings da echt so eine Lücke gefunden. Naja. Whisky Gold hat dafür einen Platz verloren, ist von Simple Sample überholt worden, hatte auch nahezu kein Wachstum mit 10 neuen Abonnenten diesen Monat. Wie gesagt, dann auf Platz 3 ist der Whisky Club, ist immer noch der drittstärkste Kanal in Deutschland, auch wenn Simple Sample ihm dicht auf den Füßen ist, aber hat 20 Abonnenten diesen Monat verloren. Und ja. Leider, leider haben wir auch mindestens zwei tote Kanäle, vielleicht sogar der eine oder andere noch mehr, aber bei denen ist es mir aufgefallen, dass es einerseits Blind Whisky finde ich total schade, Blind Whisky hatte in den letzten Monaten auch echt gute Zahlen zum Teil, hat jetzt aber seit drei Monaten nichts mehr produziert oder nichts mehr hochgeladen. Weiß nicht, woran das liegt. Und der Kanal Whisky Violence, auch hier seit vier Monaten kein neues Video mehr. Sehr schade, war noch beim Blogger-Vlogger-Treffen mit in Lübbehusen. Dann kam, glaube ich, noch ein Video und dann war's das. Schade. Gut, soviel zu der Statistik rund um die reinen Abonnentenzahlen. Jetzt schauen wir mal auf die Statistik mit den Fickzahlen. Da gehe ich von oben nach unten durch, nämlich gucke mir die besten Plätze an, gucke mir die, also ich würde sagen, wir schauen am ehesten so auf die Top 20 und gucken vielleicht dann nochmal einmal kurz nach unten, was komplett vielleicht so ins Auge fällt. Da würde ich aber dann, weil da sind die Zahlen sehr nah beieinander, nicht zu weit drauf eingehen. So, hier muss ich jetzt nochmal kurz auf das Datenleck eingehen. Die Zahlen sind vorbehaltlich. Die ändern sich halt jeden Tag, weil jeder Kanal hat jeden Tag neue Aufrufe und bis jetzt bin ich hergegangen und habe am ersten des Monats über Social Blade die Auswertung gemacht und bei Social Blade kann ich aber nur sagen, bitte gib mir die 30 letzten Tage. Jeder kann auf seinem Kanal selber die Aufrufzahlen für einen bestimmten Monat angucken, also ich kann jetzt zum Beispiel bei mir sagen, zeig mir die Aufrufzahlen von August an, zeig mir die Aufrufzahlen von Juli an oder oder oder. Das kann man bei Social Blade nicht. Das heißt, ich müsste von jedem Kanal genau am ersten die Zahlen gesagt bekommen. Das ist natürlich viel zu viel Aufwand und ich habe auch nicht zu allen Kontakt oder ich verlasse mich halt auf Social Blade, da ist es dann diesen Gap von 30 Tagen, das ist dann bei dem einen oder anderen Monat halt auch einen Tag zu wenig und sorgt dafür, wenn nämlich wie diesen Monat am ersten plötzlich eine Datenlücke da ist und ich muss vielleicht noch einen Tag warten oder so, dann habe ich schon wieder einen Tag, der eigentlich im September liegt, der mit ausgewertet wird, den mir im August dann fehlt. also es ist nicht ganz sauber und genau so ist es jetzt, ich habe mir die Zahlen allerdings angeguckt, ich habe das gestern ausgewertet, ich habe das vorgestern ausgewertet, die Zahlen sind nur marginal unterschiedlich, mit einer Ausnahme, das ist Sascha, Friendly Mr. Z, da ist ein deutlicher Unterschied zu spüren, aber auch hier wäre es kein Positionswechsel großartig gewesen, von daher lassen wir es jetzt mal so. Für die Zukunft kann ich sagen, es gibt eine Lösung, ich könnte mir bei Social Blade einen Premium Account machen, der kostet glaube ich 10 Dollar im Monat, dann kann ich, glaube ich, die letzten 60 Tage mir im Detail auswerten lassen, das müsste ich mal ausprobieren, das werde ich ausprobieren, aber auch das sind natürlich wieder Kosten und wenn ihr das unterstützen und fördern möchtet, dann würde ich euch einmal nahelegen, es gibt die Waiters Little Helpers, nenne ich sie liebevoll, das sind einerseits Kanalmitgliedschaften, aber man kann auch über Einmalzahlungen mit zum Beispiel einen Dram ausgeben, das Ganze geht über Buy Me A Coffee oder Kofi heißen die beiden Sachen, Link steht in der Videobeschreibung, schaut gerne mal rein, wenn ihr das Ganze unterstützen möchtet und mir ein bisschen dann solche Kosten abnehmen möchtet, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. So, zurück zur Statistik, schauen wir uns einfach mal an, wir haben wieder auf Platz 1, klar, Anzahl Klicks sind whisky.de mit 178.000 Klicks, ist eine Wahnsinnszahl, auf Platz 2 Paddock mit 53.700 Klicks ist auch eine Wahnsinnszahl und eindeutig Platz 2, hatte aber letzten Monat fast doppelt so viele Klicks, also auch hier merkt man, Paddock hat, oder alle Kanäle haben ein Sommerloch, wobei auch da Paddock hatte, letzten oder vorletzten Monat, diesen absoluten Hype, ne, der hatte plötzlich eine Riesenzahl, hat er mir auch selber gesagt, ist nicht sein Standardwert und ich glaube, jetzt pendelt er sich eher wieder beim Standard ein, wenn nicht sogar unterm Standard, weil eben dieses Riesensommerloch da ist. Auf Platz 3 haben wir diesen Monat, ähm, wenig überraschend Whisky Jason, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, mit 28.400 Aufrufen, ähm, vorletzten Monat, bei der letzten Statistik, war es noch Friendly Mr. Z, ähm, der ist jetzt auf Platz 5, da komme ich aber gleich zu, auf Platz 4 haben wir jetzt Whisky Turntable mit, äh, knapp 22.000 Aufrufen und auf Platz 5 haben wir Friendly Mr. Z mit knapp 19.000 Aufrufen, da muss ich allerdings dazu sagen, wenn man diese Datenlücke jetzt nicht hätte, ähm, ist die Zahl von Friendly Mr. Z glaube ich irgendwas zwischen 22.000 und 24.000 Aufrufen, er wäre also wahrscheinlich sogar auf Platz 4 gelandet, aber Whisky Turntable hätte auch ein bisschen Plus gekriegt, also, nicht zwischen 3 und 4, das wäre sehr knapp geworden, ähm, aber da zeigt sich, da ist schon ein Gap, aber diese 5 Kanäle, die haben einen deutlichen Abstand, also klar, Whisky.de deutlich Platz 1 wird wahrscheinlich niemals eingeholt werden, Petalk deutlich Platz 2 wird wahrscheinlich auch niemals eingeholt werden und danach gucken wir Whisky Jason, Whisky Turntable und Friendly Mr. Z sind die 3 Kanäle, die dahinter sind, die auch eindeutig dahinter sind, die 3 werden sich immer mal bekabbeln, da wird es immer mal den einen Kanal mehr, der andere Kanal weniger sein, ähm, aber die 3 sind ein Alleinstellungsmerkmal für sich, danach kommt eine größere Lücke, auf Platz 6 und auf Platz 7, die 2 sind auch sehr nah beieinander, auf Platz 6 ist das Whisky Gold und auf Platz 7 ist das mein Kanal The Whisky Waiter freut mich sehr, war auch vor 2 Monaten Platz 7, ich bin sehr zufrieden, bevor es dann mit Platz 8 Brüller Whisky Haus Marco Bon und Platz 9 Whisky Evening weitergeht, ähm, die 2 Kanäle haben dann schon wieder einen kleinen Abstand zu Whisky Gold und mir und, ähm, auf Platz 10 ist dann schon Literatur und Whisky, wow! So, und wenn wir das Ganze jetzt mal ins Verhältnis setzen, ähm, zu den Abonnentenzahlen, dann sehen wir, alle Kanäle in den Top 10 haben deutlich über 2.500, 3.000, 4.000 Abonnenten, alle, bis auf 3. Und zwar, Friendly Mr. Z, 1.800 Abonnenten, wenn man um ihn herum guckt, Whisky Turntable, Whisky Jason, haben wir gerade gesagt, ähnlich viele Abonnenten, äh, ähnlich viele Klicks, aber mit 5.240 und 4.420 Abonnenten sind Whisky Jason und Peter, heißt er glaube ich, Whisky Turntable, deutlich, deutlich größer in den Abonnentenzahlen, spricht absolut für Friendly Mr. Z von Content her Wahnsinnsklickzahlen. Dann, Platz, also der zweite mit, ähm, deutlich unter 2.000 Abonnenten, mein Kanal, 1.200 Abonnenten, ähnliche Klickzahlen wie Whisky Gold mit 6.100 Abonnenten, auch das, nicht schlechter Wert und Marco Bonn, Brüller Whisky Haus mit 3.190 Abonnenten, da kann ich mich mit meinen 1.200 Abonnenten, was die Klickzahlen angeht, nicht beschweren. Gut, ich hau relativ viel Content raus, ähm, nichtsdestotrotz, die Klickzahlen sind sehr, sehr gut. Und, Literatur und Whisky, wow, 916 Abonnenten, der einzige Kanal in den Top 10, unter 1.000 Abonnenten mit Abstand und dann so eine Klickzahl auf den Tag zu legen. Gut, hat mit 7.400 Klicks deutlich weniger als Platz 9, da fehlen dann schon 3.000 Klicks, aber Wahnsinn. Also, mit 900 Abonnenten in den Top 10 der deutschen Klicks im Whisky-Bereich zu liegen, zeigt, der Kanal ist echt auf dem Weg. So, schauen wir uns die restlichen Platzierungen in den Top 20 an. Können wir sehen, dass die Kanäle alle sehr nah beieinander sind. Zwischen Platz 11 und Platz 20 liegen gerade mal, also Platz 11 hat 5.400 Klicks, Platz 20 hat 3.700 Klicks, also kann man sehen, die liegen sehr, sehr nah beieinander und wenn wir uns die Abonnentenzahlen angucken, sind das auch eigentlich alles Kanäle mit deutlich über 1.000 Abonnenten oder um die 1.000 Abonnenten auffallend tun hier insgesamt 4 Kanäle, einerseits Simple Sample mit über 6.000 Abonnenten, der mit Abstand größte Kanal eigentlich nicht ganz, weil Whisky Club ist auch noch dabei, aber ein toter Kanal, daher geringe Klickzahlen, Simple Sample ein aktiver Kanal mit unfassbarem Wachstum, aber bei den Klicks eher im Mittelfeld und welche Kanäle total auffallen sind Ash Whisky und Speak is the Whisky Club mit 170 Abonnenten und 450 Abonnenten, aber über 4.500 Klicks und in den Top 20 ist schon eine Wahnsinnsleistung. Müsste man mal hinterfragen, warum da so wenig Abonnenten sind, aber von den Klickzahlen und das ist eigentlich das, was auf YouTube wichtiger ist, sind es hervorragende Werte. Und wenn wir jetzt nochmal außerhalb der Top 20 gucken, dann gibt es nicht so viel Spannendes zu sehen, das ist alles sehr nah beieinander. Wer noch wirklich auffällt, ist auch hier Bavarian Redneck Chris Huber mit gerade mal 94 Abonnenten, aber 1600 Klicks ist schon sehr, sehr gutes Wachstum oder sehr, sehr gute Klickzahlen auf dem Kanal. So, das soll es gewesen sein. Ich haue zumindest die Statistik mit den Abonnenten auch mal wieder in die Videobeschreibung, dass mit den Klickzahlen, dadurch, dass die Klicks so variieren, macht das wenig Sinn, aber ihr habt es ja jetzt im Video einmal gehört. Vielleicht schreibe ich einfach die Top 20 Platzierungen ohne die genauen Klicks in die Videobeschreibung, das muss ich mir noch überlegen. Ich hoffe, euch hat das Format gefallen, ich habe sehr, sehr viel gequatscht dieses Mal, gucken, ob ich irgendwas einblenden kann, weiß ich noch nicht genau und dann hoffe ich, dass euch das Format gefallen hat und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zusehen, bis dahin, ciao.